In diesem Video geht es um das Element Tellur. Ich erkläre dir, wo man Tellur finden kann und wo es Verwendung findet. Tellur ist ein chemisches Element mit dem Symbol TE und der Ordnungszahl 52 im Periodensystem. Es gehört zur Gruppe der Schalkogene und ist damit verwandt mit Sauerstoff, Schwefel, Selen und Polonium. Tellur ist ein eher seltenes Element, aber es hat viele interessante Eigenschaften. Tellur wurde im Jahr 1782 von dem österreichischen Wissenschaftler Franz Josef Müller von Reichenstein entdeckt. Es kommt in der Natur hauptsächlich in Verbindung mit anderen Metallen wie Gold und Silber vor und wird häufig aus diesen Erzen gewonnen. Tellur ist selten und macht nur etwa 0,001% der Erdkruste aus. Es gibt nur wenige Minerale, die Tellur enthalten, wie zum Beispiel Calaverit und Sylvanit. Tellur ist ein metallähnliches Halbmetall mit einer silbergrauen Farbe. Es ist spröde und zerbricht leicht. Bei Raumtemperatur ist es ein Feststoff, der bei Erhitzung schmilzt und sogar verdampft. Tellur ist ein Halbleiter, was bedeutet, dass es Strom leiten kann, aber nicht so gut wie Metalle. Seine elektrische Leitfähigkeit nimmt mit steigender Temperatur zu. Tellur hat eine Vielzahl von Anwendungen. Es wird häufig in der Elektronikindustrie eingesetzt, um Halbleiterbauelemente wie Dioden und Transistoren herzustellen. Außerdem wird es in der Solarindustrie verwendet, um Solarzellen aus Cadmium-Telurid herzustellen. In der Metallindustrie dient Tellur zur Verbesserung der Bearbeitbarkeit von Stahl und Kupfer. Es wird auch in der Glasindustrie eingesetzt, um Farben und optische Eigenschaften zu beeinflussen. Obwohl Tellur in geringen Mengen in der Natur vorkommt, kann es in größeren Mengen toxisch sein. Es ist wichtig, vorsichtig mit Tellur umzugehen und sicherzustellen, dass es nicht in die Umwelt gelangt, wo es Pflanzen, Tiere und Menschen schaden könnte. Vielen Dank! Vielen Dank.